Joe Jonas ist wohl kein Fan von Sophie Turners neuer BFF. Der Sänger und die Schauspielerin lassen sich scheiden. Nach vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Töchtern gehen die beiden fortan getrennte Wege. Seit dem Liebesaus verbringt Sophie nur zu gerne Zeit mit Taylor Swift. Und das gefällt ihrem noch Ehemann offenbar überhaupt nicht. Ein enger Vertrauter des zweifachen Papas packt nun nämlich aus. Joe ist angewidert von der Art und Weise, wie Taylor versucht, das Ganze in ein Highschool-Spiel mit gemeinen Mädchen zu verwandeln. Was ihm an der aufblühenden Freundschaft besonders sauer aufstößt? Seine Kids sind ebenfalls darin verwickelt. Joe wird bis ans Ende der Welt gehen, um seine Töchter in seiner Nähe zu haben. Und wenn das bedeutet, sich mit Taylor anzulegen, dann soll es so sein. Erklärt der Insider weiter. Das Verhalten der Blank-Space-Interpretin findet er nämlich einfach nur kindisch. Na, wenn da mal nicht das nächste Drama vorprogrammiert ist. Erklärt der Blank-Space-Interpretin findet er. 07.000 Uhr.